Oh, das ist ja gewaltig, ne? Das ist ja gewaltig. Was hat er gesagt? Toll. Die fühlen sich wohl da, so oben in Brüssel rüber. Toll. So schöner geht's noch. Einmal mit einer Zeit. Man hat ja das Gefühl, das macht ihm richtig Spaß. Ja, das ist klar. Und das ist der Außenseite, der muss ja seine extra Wurst haben. Man kann ja auch so langsam gehen, das ist ja schon. Na, hat er keine Lust? Ja, die aufSO gemessen. Oh! Willi's go, willi's go. W ram Watch Das ist ein wirklich verkümmerter Fuß. Der ist verkürzt, ja. Guck mal hier, der mit seinem verstimmten Ball. Er hat natürlich Schwierigkeiten, da runter zu kaufen. Wird er jetzt nicht abführen? Er wird ja ordentlich dirigiert. Ja. Doch warum geht der immer aus, du? Ja, dann musst du wieder oben drauf drücken. Ja? Nee. So. Das ist der Auslöser. Ja, nur habe ich ihn wieder. Warte mal. Ja, jetzt mach ich. So, jetzt kannst du. Ja, jetzt wieder, aber er geht immer zwischendurch aus. Dann kannst du auch dieses drücken hier, das kleine Rädchen dann. Du sollst da hinten nicht fahren. Ja, er weiß aber genau Bescheid. Guck mal, er weiß genau Bescheid. Jetzt geht er in die andere Richtung. So, das reicht glaube ich. Ja. Der da hinten ist eine Außenseiter. Der soll ja nicht. Der soll ja zu schärfen. Ein Stück. Ein Stück durch. Das sieht ja aus, sieht gar nicht. Vielen Dank. Vielen Dank.